Meine lieben Freunde, Weihnachten naht mit Riesenschritten. Lass uns jetzt einfach mal ein paar Minuten vor uns hinträumen. Jetzt ist die Zeit der Geschenke und der Wünsche. Was wünschst du dir? Und was schenkst du? Der reaktive Mensch, der fragt ängstlich eher, was bekomme ich? Der proaktive Mensch, der schenkt. Der schenkt anderen und er schenkt sich selber etwas. Das, was wir wünschen, also anderen und auch uns selbst, das, was wir schenken, anderen und uns selbst, das sagt unfassbar viel über uns aus. Das haben wir erfahren in den letzten zwei Jahren. Das kann sich alles sehr, sehr schnell ändern. Und dieser Bindfaden, an dem unser Leben hängt, der ist sehr zerbrechlich, sehr fragil. Was ist nicht alles passiert? Wir haben die Flut gesehen, Corona. Und als wir ein Seminar gemacht haben, ist einer unserer Referenten, Stefan, plötzlich in einem schweren Fahrradunfall verunglückt. Hat sich mehrere Rippen gebrochen. Ich bin zum zweiten Mal Opa geworden. Und ja, es ist unfassbar, was alles so passiert. Was wünschst du dir in dieser Zeit? Und was wünschen sich die Menschen, die dir etwas bedeuten? Was kannst du denen schenken? Ich glaube, eins der wichtigsten Dinge ist, dass wir miteinander Zeit verbringen. Nicht nebeneinander auf dem Sofa sitzen, Fernsehen gucken, sondern miteinander Zeit verbringen. Und ich glaube auch, und das ist so eine Anregung, die ich heute machen möchte, dass wir mehr persönliche Briefe schreiben können. Karten sind schön. Karten können ja lustig sein. Vorgedruckte Sprüche können sehr tiefgründig sein. Aber ich glaube, dass wir auch einfach mal einen Brief schreiben können. Eine handgeschriebene, persönliche Botschaft. So eine Botschaft vom Herzen für das Herz. In den 20er Jahren hat eine Geschichte in Paris gespielt, die nachdenklich macht. Und diese Geschichte handelt von dem Dichter Rainer Maria Rilke. Und er hatte einen längeren Paris-Aufenthalt. Und dort kam er Tag für Tag an einer Bettlerin vorbei. Immer wenn er über den Champs-Élysées spazierte, kam er an dieser Bettlerin vorbei. Und seine Begleiterin gab dieser Bettlerin jedes Mal eine kleine Spende. Rainer Maria Rilke gab nie etwas. Und irgendwann fragte ihn dann die Begleiterin nach dem Grund. Sag mal, warum gibst du der nichts? Seine Antwort war, wir müssen ihrem Herzen etwas schenken, nicht ihrer Hand. Und tatsächlich, am nächsten Tag brachte Rilke der Bettlerin eine prächtige, aufgeblühte weiße Rose mit. Und dann gab sie der Bettlerin. Und dann geschah etwas Unerwartetes. Die alte Frau blickte hoch, tastete nach der Hand von Rilke und küsste sie. Dann erhob sie sich von der Erde und ging mit der Blume von dannen. Und fortan konnte man sie nicht mehr sehen. Zumindest einige Tage lang. Erst nach acht Tagen saß die Bettlerin wieder an ihrem gewohnten Platz. Und dann streckte sie wie immer ihre Hand aus und zeigte ihre Bedürftigkeit. Die junge Frau fragte den Dichter, aber wovon hat sie denn in den letzten Tagen gelebt? Da hat sie doch nichts bekommen. Sagte Rainer Maria Rilke knapp von der Rose. Als ich darüber nachdachte, was ich meinen Lieben schenken kann, habe ich nach einem Geschenk gesucht, das auch so eine Wirkung hat, wie diese Rose des Dichters. Also ein Geschenk, das das Herz erreicht. Und ich glaube, eins der Dinge, die das Herz am besten erreichen können, ist wirklich ein handgeschriebener Brief. Wir können Briefe schenken, denen wir das Allertiefste aus unserem Herzen und aus unseren Gedanken anbieten. Wir können auch Dank schenken. Eine Erinnerung an gemeinsame, wunderschöne Stunden, an besondere Erlebnisse. Wir können Vergebung schenken. Nicht umsonst steckt in dem Wort Vergeben das Wort Geben. Etwas zu schenken, das das Herz erreicht, das erfordert Nachdenken. Es erfordert, dass wir uns zunächst einmal mit unserem eigenen Herz unterhalten, Gespräche führen. Es erfordert tiefes Hineinfühlen in uns und in den anderen. Wenn wir auf diese Weise schenken, dann schenken wir ohne etwas zu erwarten. Und dann schenken wir auch uns selbst etwas Wertvolles. Das sind einige Momente des tiefen Friedens und auch der Glückseligkeit. Ich wünsche dir jetzt von ganzem Herzen friedliche und glückselige Weihnachten. Die